Ich habe dich heute eingeladen hier, weil ich da von einer Sache gehört habe, es ist was zu essen, also es soll sehr krass schmecken auch, aber vor allem interessant ist ja die Tatsache, dass Mike mir schon seit Jahren weismachen will, dass er nicht riechen kann und ich sage dir, wenn du riechen kannst, dann werden wir das hier und heute klarstellen können. Also angeblich ist es das krasseste, also es soll geruchstechnisch, da gibt es nichts krasseres. Dankeschön. Sehr gerne. Nee. Nein, Quatsch. Das ist Sueströmming. Sueströmming kommt ursprünglich aus Schweden. Es besteht aus Heringen, die meist im Frühjahr gefangen werden, in eine Lagerhalle gebracht werden und dort in Salzfässern für ca. 8 Wochen verwesen, um dann in eine Dose gepackt zu werden und dort weiter zu verwesen. Fertig ist Sueströmming. Boah, aber ich mag keinen Fisch. Ich hasse Fisch. Oh. Man öffnet das unter Wasser, weil der Gestank so krass ist. Man soll es nicht drin öffnen. Oh nee. 400, 500 Meter weiter hat man rechts. Wir kriegen ja Ärger hier. Ob die paniert sind? Okay. Du musst aufpassen, ne? Da spritzt der da raus. Das ist so ein bisschen. Das ist das? Ist das Druck drin? Ja, aber es ist ja gar nicht voll. Ich kann da ja mit rumschlackern. Wenn das an Klamotten kommt, angeblich, kannst du die wegschmeißen. Das können wir ja hier nicht machen. Das habe ich nur so gehört. Das wäre nur Essen. So krass kann das ja nicht sein. Eins, zwei. Eigentlich sagt man drei noch. Okay, ich drücke jetzt. So ein Zischen ist ja für den Geruch schon mal ein schlechtes Zeichen. Guck mal, da ist aber ein bisschen Dreck drin. Als ob du jetzt schon was riechst. Das sind zwei Millimeter. Oh ne, es suppt raus. Oh, das ist wirklich ickig. Oh, krass. Oh, wie ist das? Riecht ihr das auf? Ach, das geht doch nicht. Ja, aber hier ist so eine Grause. Oh Gott, das passiert. Aber das kann ja nicht mehr schlimmer werden jetzt. Oh, fuck. Oh, jetzt kommt es an. Oh, ich habe einen Tropfen auf der Brille. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, nee. Oh, nee. Riech mal richtig feste dran. Geh mal runter und riech mal richtig feste dran. Oh, Junge. Oh, ich verziehst das. Boah, das kann ja nicht wahr sein. Da kommt einfach immer mehr. Du weinst ja. Ja, ja. Da ich mir zumal was draufkomme. Boah, ich glaube, ich kann es nicht. Ich kann es nicht probieren. Boah, nee, das ist... Das brennt in meinen Augen irgendwie. Boah, fuck. Soll ich es mal machen? Es ist sehr salzig. Ich weiß nicht. Ich habe nur gemerkt, dass es salzig ist. Du kannst nicht schmecken. Du kannst nicht riechen. Du kannst nicht schmecken. Du schmeckst klar nicht. Ja, es ist nicht so besonders gut. Ja, hier ist man draufschnecken. Ja, das ist abartig. Wir essen Ofenkäse. Komm, wir probieren doch mal die Suppe. Du probierst die Suppe. Wir beide probieren die Suppe. Ich habe gerade echt fast gekotzt. Ich kann jetzt nicht noch diese Suppe. Einen kleinen Löffel können wir jetzt mal probieren. Neck. Nein, bist du bescheuert? Mach weg damit. Oh. Das schmeckt aber so ganz anders als der Rest. Ja. Das schaffe ich nicht. Ich will es mich beartigen. Kannst du mal bitte löpfen? So schlimm ist es nicht. Ich kann den hier nicht hinlegen. Du musst den mal nehmen. Hast du ihn schon? Oh, nee. Du kannst nicht. Das ist, als würdest du einmal Rotze hochziehen. Und dann schluckst du es schnell runter. Geht das nicht? Ich sehe doch immer, wie ihr euch die Nase zuhaltet. Und dann was im Dschungelcamp. Hast du es noch im Mund? Das war sehr knapp. Wenn du hier auf den Teppich kotzt. Das war richtig eklig. Ja. Also ich kann es nicht empfehlen. Nee.